Du bist jetzt ein Oldtimer oder möchtest dir einen anschaffen, dann solltest du dir unbedingt auch Gedanken um den idealen Versicherungsschutz machen. Ein Kfz-Versicherungstarif von der Stange ist nicht dafür ausgelegt, deinen Oldtimer ideal zu versichern. Dafür kommt nur eine Oldtimer-Versicherung oder eine All-Risk-Versicherung in Betracht. Wieso das Ganze, das klären wir heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Einfach erklärt, mein Name ist Nico. In den typischen konventionellen Versicherungstarifen rund ums Auto werden diese natürlich in Regionalklassen eingeteilt. Der Versicherer berechnet anhand dieser erstens mal natürlich, wie viele Fahrzeuge diesen Modells sind dort zugelassen und verursachen natürlich, wie viele Schäden jährlich. Dementsprechend werden natürlich dann die Tarife berechnet. Oldtimer gibt es natürlich in deiner Region, in der du lebst, wesentlich weniger. Zusätzlich pflegen die Oldtimer-Besitzer ihre Autos wirklich sehr und fahren wenige Kilometer jährlich. Das heißt zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer jährlich im Durchschnitt. Das heißt, umso mehr man sich um sein Auto bemüht und das natürlich auch wenig im Straßenverkehr bewegt, umso weniger Unfälle passieren natürlich. Das heißt, der Versicherer kann diese Tarife wesentlich günstiger berechnen als einen konventionellen Tarif im Haftpflicht-Teilkasko- bzw. Vollkasko-Bereich. Bei Oldtimern sind ganz andere Aspekte von Nöten, wie zum Beispiel in der konventionellen Autoversicherung. Wie zum Beispiel Fahrzeugwert und natürlich auch Wertsteigerung. Zusätzlich natürlich auch der Zustand des Autos. Deswegen hat man zum Beispiel auch dort eine Datenbank installiert bzw. sind auch zu Vertragsabschluss Gutachten notwendig, damit man eben weiß, in welchem Zustand ist das Auto. Also die Klasse 1, also original und restauriert und auch wirklich in einem unglaublich guten Zustand. Und dementsprechend geht es bis zur Klasse 5 nach unten und dementsprechend natürlich schlechter Zustand, nicht restauriert und so weiter und so fort. Die meisten Versicherer nehmen in den Oldtimer-Tarifen nur Fahrzeuge ab der Klasse 3, das heißt Klasse 3 und besser Klasse 3, 2 und 1. Du solltest deswegen, bevor du einen Oldtimer-Versicherungstarif abschließt, unbedingt ein Gutachten erstellen lassen. Es kostet roundabout 350 Euro, aber dort ist wirklich alles bis ins kleinste Detail aufgeführt. Dementsprechend kannst du auch sicher sein, wenn du so eine Versicherung abschließt, dass das Auto auch zu dem Wert versichert ist, den es aktuell hat. Die Versicherer empfehlen auch ein Kurzgutachten alle 5 Jahre erstellen zu lassen, damit eben festgestellt werden kann, hat sich der Zustand verändert und wie ist aktuell der Wert des Fahrzeugs. Steigt dieser, ist es wichtig, dass wir natürlich auch die richtige Versicherungssumme versichern. Denn dementsprechend hast du natürlich dann am Ende, wenn etwas passieren sollte, keine Unterversicherung. Und das ist aber ein wichtiger Punkt. Die meisten Oldtimer-Versicherer versichern Wertsteigerungen bis 10% automatisch mit. Aber wenn natürlich die Jahre ins Land ziehen und das Auto zum Beispiel immer seltener wird, weil einfach viele verschwinden von der Bildfläche bzw. Schäden zum Opfer fallen, dann hast du natürlich eine immense Wertsteigerung und bist auch locker über die 10% drüber. Sollte jetzt deinem Auto, deinem Oldtimer was passieren, dann ist natürlich dementsprechend ein höherer Schaden entstanden und so unterliegst du wahrscheinlich einer Unterversicherung. Dementsprechend muss man eben alle 5 Jahre dieses Kurzgutachten erstellen, damit man auch einfach weiß, okay, der Wert ist jetzt neu zu berechnen. Dementsprechend muss sich natürlich auch die Versicherungsprämie in diesem Bereich dann auch anpassen. Auch Schadensfreiheitsklassen gibt es im Oldtimer-Tarif nicht. Ein wichtiger Punkt ist übrigens, wenn du eine Oldtimer-Versicherung abschließt, musst du auch vorweisen, dass du ein Alltagsauto hast. Dementsprechend natürlich auch diese Police mitkopieren. Fotos von deinem Oldtimer zu machen, schadet sowieso nie, aber bei Vertragsabschluss ist es auch notwendig. Das heißt Front-, Heck- und Seitenansicht. Dementsprechend natürlich das Gutachten und alles, was rund um das Fahrzeug in deinen Händen ist, kopieren, fotografieren und natürlich damit Oldtimer-Versicherungsantrag einreichen. Dementsprechend kann der Versicherer natürlich auch ganz gut nachvollziehen, welches Fahrzeug ist es, welcher Zustand ist es mit dem Gutachten, dann sowieso gar kein Problem. Du hast auch einen Gebrauchswagen, also ein Alltagsauto und dementsprechend kalkuliert sich dann natürlich die Versicherungsprämie. Nicht alle Versicherer versichern alle Fahrzeughalter. Solltest du zum Beispiel 18 Jahre alt sein, kann es durchaus sein, dass der Versicherer sagt, tut mir leid, wir können dich nicht versichern. Wir versichern erst ab einem Alter von 23 bis 25 Jahren und aufwärts natürlich. Das heißt, dort wird natürlich eine gewisse Fahrerfahrung vorausgesetzt und die sammelt man meistens eben in den ersten fünf Jahren. Wieso? Die Versicherer haben natürlich die letzten Jahre diese Schadensfälle natürlich analysiert und dort ist in den meisten Fällen eben ein Umfall passiert im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Also in den ersten Jahren, in denen man eben Fahrerfahrung sammelt. Und dementsprechend setzen die natürlich ein Alter von mindestens 23 voraus, beziehungsweise fünf Jahre Fahrerfahrung. In der Regel zählen Oldtimer als Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind. Bei manchen Versicherern kann man aber auch schon früher anfangen, zum Beispiel mit einem Fahrzeugalter von 25 Jahren, seltenen Fällen auch in 20 Jahren. Wichtig ist da immer die Seltenheit, beziehungsweise die Werthaltigkeit und natürlich auch dementsprechend, da Oldtimer ja ein Automobilkulturgut sind, dass sie dementsprechend natürlich selten sind und dass es sich auch lohnt, diese in diesem Bereich zu versichern. Wenn du deinen Oldtimer also ideal absichern möchtest, empfehle ich dir unbedingt mit einem Experten zusammenarbeiten, der sich eben im Oldtimer-Markt auskennt, beziehungsweise auch dem Versicherungsschutz einfach nachvollziehen kann, weil er zum Beispiel auch autoaffin ist. Und dementsprechend nicht online abschließen, sondern immer mit einem Experten zusammenarbeiten, Versicherungsmakler, der dementsprechend auch einen weiten Blick auf den Markt hat. Es gibt viele Versicherer, aber die Tarife unterscheiden sich wirklich stark. Dementsprechend ist es wichtig, dass man natürlich weiß, was ist mit Kfz XY notwendig und was kann Versicherer XY in dem Bereich auch anbieten. Und dementsprechend am besten mit einem Versicherungsmakler unabhängig zusammenarbeiten. Der findet für dich, beziehungsweise deinen Oldtimer, die ideale Absicherung. Und dementsprechend findest du natürlich da auch dann in Kombination mit einem Versicherungsmakler den idealen Versicherungsschutz. Meine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen und dann kann ich dir auch weiterhelfen für die ideale Absicherung deines Oldtimers. Das war es kurz und knapp zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Einfach erklärt. Bis dahin. Ciao. Euer Nico. Sehr cool. Musik